So, und nun, was denn jetzt? Komm, wir müssen weiter, ich will zur Weiterbildung, oder ich muss zur Weiterbildung ab die Festung Königstein. Du wirst mich wohl verarschen, weil heute der 1. April ist. Wir sind ja im Erzgebirge hier, oder? Ja, ich bin doch überall in Sachsen umtriebig. Umtriebig? Und den 1. April übrigens, da hat Mark Twain einen guten Spruch losgelassen. Der 1. April ist der Tag, an den wir uns erinnern sollen, was wir nämlich das ganze Jahr über sind. Nämlich Narren. Da, 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 da. Sieh mal, wo hast du denn die schöne Tasche her auf einmal? Von der Weiterbildung. Und die ist voll bepackt. Voll bepackt hier, Weiterbildung. Aha, Frauen und eine Tasche. Und Papier. Von der Weiterbildung, gut? Ja, ist gut. Apropos Weiterbildung, ich mache jetzt noch weiter ein paar Bilder. Aha, bitte. Ach, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Vielen Dank.